Es ist der 19. Dezember 2015 und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn ich bzw. wir spielen mit der Band heute in Düsseldorf im Tube und zwar zusammen mit Bluthirnschranke und Atowa. Wir haben hier schon mal so ein paar Sachen gepackt. Wir haben hier so ein bisschen Merch. Hier T-Shirts von uns. Gestern habe ich noch 30 Demos gebrannt, die wir für einen unschlagbaren Preis von 2 Euro verkaufen werden. Jeder fängt mal klein an. Und hier für die Leute, die es nicht so gut mit Lautstärke haben und ein paar Gehörschütze für die Leute dabei. Alles was das Herz begehrt. Wir fahren jetzt mal los in den Proberaum und da sehen wir die anderen Jungs und packen unsere an. Ja, ich stehe jetzt hier in der Halle oder in der Scheune, wo unser Proberaum runtergeht in den alten Kartoffelkeller, den wir ausgebaut haben und gucken, ob schon jemand da ist. Ich glaube, fast nicht. Aber dann seht ihr schon mal ein wenig den Proberaum. So, die Tür ist offen. Dann geht es hier los. So, Wagen ist gepackt, ne? Wir fahren jetzt mal los nach Düsseldorf, ne? Alles klar. Tschüss. Bis gleich. So, wir sind jetzt angekommen beim Tube und wir laden jetzt mal hier raus, ne? Den ganzen Scheiß hier. Alles da rein und, äh, ja. Okay, das ist eine Ansage. Eine Ansage an den roten Mammut. Wir sind Blutentschranke und wir kriegen neue Leben, ihr Bastard. Wir werden jetzt mal hier raus. Also, in der¡ure Saison enthiert. So, Französer ist vorbei, Müller und die Französer. Untertitelung des ZDF, 2020